Ich eröffne die für die Mittagspause unterbrochene Sitzung und teile Ihnen mit, dass noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist, ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend Lehrplan für Sexualerziehung ist zeitgemäß und ein wichtiger Baustein für Akzeptanz und Vielfalt in Hessen mit der Drucksachennummer 19 3886. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 45. Die Redezeit beträgt fünf Minuten je Fraktion. Herr Rudolph zur Geschäftsordnung. Vielen Dank, Herr Präsident. Da die Demonstration und das Bündnis, diese Veranstaltung am 30. Oktober stattfinden, wir keine parlamentarischen Sitzungen haben, beantragen wir auch, dass wir am Ende der heutigen Tagesordnung diesen Punkt aufrufen haben. Zur Redezeit hatten Sie ja etwas gesagt. Ebenfalls zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir hätten das zwar auch im Zusammenhang mit dem Schulgesetz diskutieren können, da war die Demonstration, glaube ich, auch schon bekannt. Aber wenn die SPD das jetzt erst gemerkt hat, haben wir kein Problem damit, uns mit diesem Tagesordnungspunkt am Ende der heutigen Sitzung auseinanderzusetzen. Wir haben genügend Zeit und sind auch sprechfähig. Ich bin auch der Meinung, wir hätten das durchaus auch schon abhandeln können. Aber wenn Sie da etwas länger gebraucht haben, dann alles gut. Danke, Herr Bellino. Noch einmal zur Geschäftsordnung, Frau Dorn. Frau Dorn. Frau Dorn. Ich kann mich den Wortbeitrag von meinem Kollegen anschließen. Ich würde aber schon bitten, diese Demonstration ist schon eine längere Zeit bekannt. Ich hätte mir gewünscht, dass man bei so einem Thema auch ein bisschen früher daran hätte denken können, ob man das macht oder nicht. Ganz kurzfristig noch diesen Antrag zu machen, ist eigentlich mit dem Verfahren, das wir im Moment haben, nicht so ganz vereinbar. Dann stelle ich bei Unstimmigkeit über die Notwendigkeit der Zeitläufe eine Einmütigkeit fest, dass wir diesen Tagesordnungspunkt nach Tagesordnungspunkt 14 heute noch aufrufen, am Ende der heutigen Sitzung. Das ist einmütig so der Fall. Dann steigen wir in die Tagesordnung ein. Ich rufe Tagesordnungspunkt 19 auf, den Antrag der Fraktion der FDP betreffend weitere Produktionsausfälle KS-Werke verhindern, Drucksache 19-3840. Zur Begründung des Antrags hat sich Herr Lenders von der FDP-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 19. September 2014 hat die Ministerin Hinz angekündigt, dass die Ergebnisse des Vier-Phasen-Plans in den nächsten Wochen in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Unternehmen festgeschrieben werden. Meine Damen und Herren, was die nächsten Wochen bedeuten, scheint ein sehr dehnbarer Begriff seitens der Landesregierung zu sein. Wir haben als FDP-Fraktion die Absicht, den Vier-Phasen-Plan rechtssicher umzusetzen, durchaus unterstützt. Sie haben da von uns auch Lob bekommen. Aber, sehr geehrte Frau Hinz, heute muss man sich schon einmal fragen lassen, wie weit sind wir denn jetzt? Wir haben stattdessen Stillstand, Produktionsausfälle, Kurzarbeit. Mittlerweile haben wir eine Situation, wo Arbeitsplätze das Unternehmen gar in Gänze gefährdet sind. Meine Damen und Herren, dass dazu ein neuer Masterplan beschlossen wurde, der Forderungen enthält, die das Unternehmen nicht mehr mittragen kann, zeigt, dass wir uns von der Idee des Vier-Phasen-Plans immer weiter wettbewegen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen ist uns oftmals der Vorwurf gemacht worden, als ich hier am Pult gesagt habe, die Landesregierung nutzt ihre Möglichkeiten, die sie bei der Übergangsregelung hat, nicht vollständig aus. Da haben Sie gesagt, das geht gar nicht. Das ist alles Bringschuld des Unternehmens. Das Unternehmen ist da eine Verpflichtung. Wir werden das alles nur nach Recht und Gesetz prüfen. Meine Damen und Herren, Frau Ministerin, Sie sagen ja schon wieder, so ist es. Abgesehen davon, dass ich von einer Landesregierung erwarte, dass man einen konstruktiven Dialog mit dem Unternehmen aufzeigt, welche Möglichkeiten es geben kann, bleibt aber vor allen Dingen eines. Schauen wir uns doch einmal an, was Sie in der Übergangsgenehmigung selbst drin haben. Meine Damen und Herren, da ist die Rede von 725.000 m³. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, was an natürlichen Einträgen über die Werra weggeht, halten wir eigentlich Kapazitäten von 1,3 Millionen m³. Ich erwarte nicht von jedem Kollegen, dass er sich so ins Detail bei Kali und Salz eingearbeitet hat. Aber wenn man das einmal platt auf eine Formel bringen kann, das, was rausgeht, kann man auch reintun. Meine Damen und Herren, das ist absolut gedeckt mit der Übergangsgenehmigung, die Sie selbst erteilt haben. Nein, die Landesregierung muss sich an dieser Stelle einmal auf das Unternehmen zubewegen und flexibler werden, um die Arbeitsplätze am Ende abzusichern, um die Kurzarbeit zu beenden. Meine Damen und Herren, es gibt da auch noch einen zweiten Punkt. Die Frage der Gesamtmenge gesehen ist für das Unternehmen so kaum handhabbar. Die 725.000 m³ können gar nicht genutzt werden, weil es eine Beschränkung auf das Thema gibt, wie viel ich denn täglich einleiten darf. Meine Damen und Herren, auch da müssen wir flexibler sein. Wenn das Unternehmen nicht die komplette Menge ausschöpfen kann, sondern täglich auch noch legitimiert wird, dann führt das eben dazu, dass die Produktion gedrosselt werden muss. Das führt dann am Ende dazu, dass das Unternehmen die Kurzarbeit anmelden muss. Ausbaden tut das keiner von uns hier. Ausbaden müssen das die Beschäftigten bei Kali und Salz. Meine Damen und Herren, dass es dann auch Sorge gibt, begründete Sorge, warum wir es dann auch wieder auf die Tagesordnung gesetzt haben, ist, dass die Möglichkeiten der Entsorgung auch dazu führen werden, dass vielleicht in den nächsten Wochen schon das Unternehmen in Wintershall auch vom Netz gehen muss. Wer sich dann einigermaßen mit der Produktpalette des Unternehmens beschäftigt, weiß, dort sind langfristige Lieferverträge von abhängig. Ich mache mir das gar nicht ausmalen, was passiert, wenn Kali und Salz ihre Lagerbestände abgebaut haben und dann diese langfristigen Lieferverträge nicht mehr einhalten kann. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, was es für ein Industrieunternehmen bedeutet, wenn es seine Kunden verliert? Haben Sie sich einmal darüber Gedanken gemacht? Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Das muss ich schon einmal sagen. Das ist ein Stück weit, was ein bisschen in das Bild passt, auch was da am Frankfurter Flughafen passiert. Das ist ein Stück weit eine Deinstallisierung unseres Landes. Der Ministerpräsident an der Spitze, als es darum ging, nach dem Motto, wir wollen uns gegen die Übernahme, gegen Potters schwächen, da war der Ministerpräsident dabei. Heute bei der Debatte fehlt der leider einmal wieder. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Ich erwarte von Ihnen, weil Sie uns als FDP-Fraktion den Vorwurf gemacht haben, wir wüssten ja nicht, wovon wir reden. Herr Kollege Arnold, ich möchte es ja gar nicht mehr wiedergeben, was Sie mir da alles an den Kopf geknallt haben. Aber da möchte ich gerne von Ihnen zu den beiden Punkten, was die Einleitmengen für die Übergangslösung und was die tägliche Einleitmengen anbelangt, dass hier mal irgendeiner von der Landesregierung dazu Stellung bezieht. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Meine Damen und Herren, wenn Sie sich dann anschauen, was es tatsächlich in der Praxis für die Mitarbeiter bedeutet. Wir reden ja hier immer davon, dass es dem Unternehmen vielleicht schlecht geht. Sie glauben ja vielleicht, dass es alles dramatisiert ist. Aber für den normalen Kurzarbeiter, für den normalen Mitarbeiter, heißt das am Ende 60 % weniger Geld in der Tasche. Das ist jetzt seit Wochen. Meilen Sie sich einmal aus. Ein Familienvater, Alleinverdiener, nicht Alleinverdiener, aber wir haben keine Möglichkeiten, dort mehr aufzustocken. Menschen, die unter Umständen ihr Häuschen dort finanziert haben und auf diese Einnahmen angewiesen sind. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich dann anschauen, dass bis dato konnte das bei Kali und Salz noch aufgestockt werden, aber diese Aufstockung hat auch Grenzen. Aber es fällt dann auch weg die täglichen Zuschläge, die die Mitarbeiter bekommen, dafür, dass sie unter Tage arbeiten, dafür, dass sie einen Knochenjob machen. Aber das ist Geld, das eben auch zum Lebensunterhalt eingepreist war, was auch mitkalkuliert war. Auch das fällt weg. Meine Damen und Herren, noch viel schlimmer ist am Ende, dass sich die Mitarbeiter langsam fragen, wie es bei uns eigentlich weitergehen soll. Hat bei uns irgendeiner in der Politik noch die Sorge, die wir teilen, ob wir zukünftig noch einen Arbeitsplatz haben in der Region oder nicht? Meine Damen und Herren, hier erwarte ich schon einmal neben den ganzen Lippenbekenntnissen, die immer wieder in Anträgen zu lesen sind, auf konkrete Fragen, die wir Ihnen heute gestellt haben, konkrete Antworten. Vielen Dank. Danke schön, Herr Lenders. – Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Landau das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben noch viel Potenzial unter der Erde in unserem osthessischen Kalirevier. Neuhof in der zweiten Sohle geht man davon aus, dass man noch drei bis vier Jahrzehnte Kali und andere Dinge abbauen kann. Für Unterbreizbach, das wissen wir, gibt es eine Bergbauperspektive bis 2032. Für Haddorf, für den dritten Standort, sagt man, dass man dort noch 40 Jahre lang gewinnbringend wirtschaftlich abbauen kann. Ich sage ganz klar für die CDU-Fraktion ja, wir wollen, dass es auch so ist, dass diese Potenziale in der Tat von K plus S genutzt werden können. Deshalb ist es uns so wichtig, dass wir eine nachhaltige, eine planungssichere und eine wirtschaftliche Perspektive für den Bergbau in der Kaliregion aufstellen und keine Schnellschüsse machen. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD Herr Lenders, wenn Sie anführen, dass es hier eine Menge Lippenbekenntnisse gegeben hat, dann frage ich an Sie und auch an Ihre Fraktion zurück, wie hilfreich waren denn Ihre Anträge, die Sie hierzu immer gestellt haben. In keiner Weise waren diese hilfreich. Wir haben, anders als was Sie mit den Lippenbekenntnissen formuliert haben, uns sehr klar mit der Situation befasst. Wir haben einen Vier-Phasen-Plan aufgestellt, in dem wir ganz klar abgesprochen mit dem Unternehmen eben für dieses eine Perspektive erarbeitet haben, eine Perspektive, die das dem Unternehmen ermöglicht hätte, im Rahmen von Grenzwerten und Fristen, die alle einzuhalten waren. Das war gut so und hat wieder gespiegelt einmal die Wertigkeit des Unternehmens und die Bedeutung, die ihm und seine Wertschöpfung in einer nicht ganz einfachen Region mit sich bringt. Sie alle wissen, dass im Rahmen der Gespräche der Flussgebietsgemeinschaft und der Bewirtschaftungspläne dieser Vier-Phasen-Plan dann mehr oder weniger aufgegangen ist in einem Masterplan Salz und dass es dort zu Veränderungen kam. Diese Veränderungen enthält Dinge, die wir weder eingefordert haben oder die wir auch nicht aktiv betrieben haben, die aber am Ende deshalb reinkamen, weil die notwendige Übereinstimmung in der Flussgebietsgemeinschaft das einfach notwendig gemacht haben. Da sind dann halt Zielwerte genannt worden, wo wir schon sagen, die sind mehr als sportlich und wo Fristen reingegangen sind, wo wir sagen, das ist scharf an der Machbarkeit. Wo auch reingekommen sind einige Dinge, die in der Tat Pilotcharakter haben, wo wir nicht wissen, wie sie sich am Ende auswirken können, ob sie überhaupt eine Wirkung entfalten können. Und es ist dort auch das erste Mal reingekommen, und das war in der rein hessischen Angelegenheit des Vier-Phasen-Plan ist nie die Rede, eben diese Produktionseinschränkungen. Wir bedauern außerordentlich, und da an der Stelle sind wir auch bei Ihnen, Herr Lenders und Ihrer Fraktion, dass wir jetzt über 70 Tage von Betriebseinschränkungen dort im Kalirevier haben, mit Auswirkungen für das Unternehmen, weil die können am Ende auch möglicherweise ihre Kunden nicht mehr so beliefern, wie sie das machen, und natürlich auch mit der Beschäftigungsperspektive, für die, die die Angestellten dort haben. Das haben wir dann schon alles nicht so haben wollen, und es ist, wie gesagt, auch nicht von uns in dieser Art und Weise gesehen worden. Wenn Sie aber jetzt ansprechen, man müsste dem Unternehmen mit was auch immer zur Seite springen, dann wissen Sie auch, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo wir uns am Verfahren halten müssen, wo wir nicht einfach einmal der Ministerpräsident sagen können, dann leitet doch bitte ein oder versenkt irgendwie, Hauptsache eurem Unternehmen geht es gut, sondern wir müssen uns da schon an gewisse Dinge halten. Wenn Sie dann bemängeln, dass der Regierungspräsident in einer Übergangsgenehmigung, die auch Ausdruck dessen ist, dass wir an der Seite des Unternehmens stehen und für das Unternehmen auch etwas tun wollen, dort ein Versenkvolumen von 725.000 m³ steht, dann hat das auch seinen Grund, warum diese Zahl so zustande gekommen ist, und natürlich nicht dem entspricht, was das Unternehmen gerne hätte. Da lassen Sie mich nur zwei Dinge anführen. Das ist einmal der Besorgnisgrundsatz, dem damit Rechnung getragen worden ist, und das andere ist, dass natürlich, weil Sie gesagt haben, was man reingeben kann, kann man auch wieder raus. Nein, da gab es schon Gutachten, die dann gesagt haben, durch das Reihen raus von Versenkwässern entsteht eine sogenannte hydrogeologische Beunruhigung des Untergrundes. Das ist auch schwer zu fassen, und wir wollen nicht, dass es dort dann zu Problemen für das Grundwasser kommt. Deshalb hat man gesagt, solange das seit 2012 als Voraussetzung für weitere Versenkungen thematisierte 3-D-Verfahren nicht läuft, können wir dort nicht in die Mengen einsteigen, die das Unternehmen gerne hätte. Aber wir haben etwas ermöglicht mit den 725.000 m³, wo man sagen kann, da konnte wenigstens partiell der Betrieb weiter aufrechterhalten werden. Das ist etwas, wo wir sagen können, auch der Besorgnisgrundsatz hat dort seinen Niederschlag gefunden. Das 3-D-Verfahren will ich an der Stelle auch gerne noch einmal vor vortragen. Das 3-D-Verfahren ist, wie gesagt, schon die Voraussetzung gewesen vor längerer Zeit. Wir wissen, dass es eine hochkomplexe Angelegenheit ist, dass es dort nicht etwas Vergleichbares bisher in der Welt gibt. Insofern gibt es an der Stelle Verständnis für das Unternehmen, dass es hier noch deutlich mehr Zeit braucht, als es seinerzeit und auch wir gedacht haben. Aber dieses 3-D-Verfahren steht kurz vor dem Abschluss. Soviel ich gehört habe, soll wohl nächste Woche die letzte, die neueste Version der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden. Die muss natürlich erst einmal prüfen, was dort drinsteht. Vor allen Dingen muss man die Prognosen, die sich da ergeben, natürlich auch erst einmal auswerten. Es war immer wichtig, dass wir wissen, wohin die verpressten Salzabwässer im Untergrund verschwinden. Wenn die Prognosen sagen, dass der Besorgnisgrundersatz so nicht besteht, dass wir durchaus in ein höheres Versenkvolumen einsteigen können, dann ist das genau die richtige Voraussetzung. Darauf warten wir. Da können wir nicht, so wie Sie das an Ihre Fraktion fordern, einfach vorher schon sagen, das 3-D-Verfahren noch nicht funktioniert, aber wir billigen den Unternehmen einfach einmal mehr zu. Wir haben immer als Grundsatz gehabt, dass wir alles, was wir für das Unternehmen machen können im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, die wir über das Wassergesetz, die europäische Wasserrahmenrichtlinie, das Wasserhaushaltsgesetz und was es da alles so gibt, dass wir den Unternehmen im Rahmen aller da zur Verfügung stehenden Spielräume zur Seite stehen. Ich glaube, all die Übergangs- und Ausnahmegenehmigungen, die wir für das Unternehmen ermöglicht haben, sind Zeugnis davon, dass wir immer bemüht waren, dem Unternehmen und seinen Angestellten eine Perspektive zu geben, die aber am Ende auch rechtssicher sein muss. Es bringt doch nichts, dem Unternehmen etwas zuzubilligen, was am Folgetag von irgendwelchen Organisationen und Verbänden schon beklagt wird. Ich glaube, dann ist der Schaden noch viel, viel größer am Ende auch für die Politik. Vor allen Dingen wäre es das für die Politik, die Sie fordern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Landau. – Für DIE LINKE erteile ich Frau Schott das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Manchmal ist es hilfreich, sich schlicht und ergreifend mit den Fakten zu beschäftigen. Weil wir genau in der Frage Kurzarbeit und warum das tun wollten, haben wir eine Anfrage dazu eingebracht. Ich hoffe einmal, wir sind uns in diesem Haus einig, dass niemand Kurzarbeit für die Kali-Kumpel haben will. Wir sind uns einig, dass es wichtig ist, die Arbeitsplätze zu erhalten. Wir sind allerdings der Meinung, das geht auch mit dem Umweltschutz. Wir haben deshalb abgefragt, wie die Kapazitäten aussehen. In diesem Zusammenhang hat sich herausgestellt, dass es im Juli in Hartdorf 66 Stillstandstage gab, in Unterbreizbach 56, im Mai 25 in Hartdorf und 20 in Unterbreizbach. Von den sieben Stapelbecken, die die K&S derzeit betreibt, war das größte Becken mit einer Kapazität von 90.000 m³ Ende Mai aber fast leer. Nur 440 von insgesamt 90.000 m³ waren belegt. Voll hätte das Becken sein müssen, wenn K plus S wirklich alle Kapazitäten ausgeschöpft hätten, um Kurzarbeit zu verhindern. Hören Sie einmal zu Ende zu. In allen anderen Monaten war es nie mehr als mit 21.000 m³ gefüllt. Auch im April hätte allein die freie Kapazität in diesem Becken die zwei oder drei Kurzarbeitstage in diesem Monat verhindern können. Zu jener Zeit gab es in anderen Becken noch genügend Kapazitäten für Haltenabwässer. In der gesamten Zeit gab es in der Werra keine besonders Tiefwasserstände. Im Gegenteil, wir erinnern uns alle noch an ein relativ verregnetes Frühjahr. Ich habe das an dem einen Becken festgemacht, weil es damit leichter zu beschreiben ist. Aber insgesamt waren so viele Kapazitäten frei, dass es möglich gewesen wäre, wenn man die Wasserstände und die Beckenkapazitäten vergleicht und das Ganze mit den Vorjahren vergleicht. Dann ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum wir hier zu dieser Kurzarbeit gekommen sind. Sicher hat K und S ein großes Entsorgungsproblem. Aber bei weitem nicht alle Kurzarbeitstage in der ersten Jahreshälfte sind mit den vorhandenen Entsorgungskapazitäten zu begründen. Um die Dynamik und den Druck auf die Politik zu erhöhen, hat hier die Konzernleitung von K und S nachgeholfen. Anders kann man das nicht formulieren. Für einen größeren Teil, nicht für alle, der Kurzarbeitstage ist der global eingebrochene Markt für Kaliprodukte, das heißt die Absatzprobleme von K und S, bei derzeitig vollen Lagern ursächlich. Da gibt es eben kein Problem, das die produzieren müssen, damit sie ihre Verträge erfüllen können. Ganz im Gegenteil, die haben so viel auf Halde liegen, dass sie es im Moment nicht loswerden. Wie die Konzernleitung die Absatzprobleme gewendet hat, ist aus meiner Sicht hinterlistig. Die wirklich Leidtragenden sind hier die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Konzerns. In populistischer Manier fordert die FDP die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für Entsorgungswege, die nach Gesetzeslage überhaupt nicht mehr genehmigt werden dürfen. Wie vielfach an dieser Stelle ausgeführt, betrifft das die Versenkung von Salzabwassern ins Grundwasser, ihre Einleitung in die Flüsse sowie die Aufhaltung. Nach der bekannt gewordenen Verseuchung von Grundwasser mit Schwermetallen unter der Rückstandshalde von Hartdorf sollte nun allen hier im Haus klar geworden sein, dass auch die Halden ein großes Problem darstellen, jetzt und wenn wir keine andere Lösung finden, auch für die kommenden 1.000 Jahre. Wie bekannt sein sollte, haben thüringische Behörden im Juli 2016 auch einen Bereich auf der Thüringer Seite der Hartdorfer Rückstandshalde die Nutzung von Grundwasser und Oberflächenwasser untersagt, weil das Grundwasser dort mit Schwermetallen belastet ist. Die Grenzwerte der Trinkwasserversorgung werden deutlich, und die Werte für den vorsorgenden Grundwasserschutz nach Medienberichten um das Tausendfache überschritten. Von den hessischen Behörden sind keine Werte veröffentlicht worden, was sich in einer langen Kette miserabler bis skandalöser Informationspolitik einreiht. Auch aus den Medien haben wir erfahren, dass die Schwermetallverseuchung nicht nur Thüringer Gewässer, sondern auch, wie auch gar nicht anders zu erwarten war, hessisches Grundwasser betrifft. Von K&S wissen wir, dass dieses Problem seit 2011 bekannt ist und auch den Behörden mitgeteilt wurde. Die hessische Umweltministerin will davon erst in diesem Sommer erfahren haben. Auf meine Nachfrage im Ausschuss musste die Ministerin einräumen, dass das Ministerium bereits etwas länger über die Schwermetallbelastung informiert gewesen sei. Was genau stimmt jetzt eigentlich? Wussten die hessischen Behörden auch bereits seit 2011 von der Schwermetallbelastung und haben nicht gehandelt? Oder hat Kali und Salz nicht umfänglich informiert? Was ist in diesen fünf Jahren passiert? Darüber hätten wir schon gern Auskunft. Während auf Thüringer Seite jetzt endlich Sanierungsarbeiten anlaufen, passiert auf hessischer Seite nichts dergleichen. Die Begründung vom Umweltministerium und Regierungspräsidium lautet, von der Schwermetallbelastung des Grundwassers in Hessen gehe keine Gefahr aus, weil betreffend Grundwasser leider in Hessen nicht genutzt wird und auch nicht an der Oberfläche in Form von Quellen austritt. Das ist wirklich starker Tobak. Das Grundwasser in Deutschland, sehr geehrte Frau Umweltministerin, ist durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie und das Wasserhaushaltsgesetz geschützt, und zwar das Grundwasser, und zwar generell, und nicht irgendwelches Grundwasser. Das Wasserhaushaltsgesetz legt fest, dass Stoffe, somit auch bergbauliche Abfälle, nur so gelagert werden dürfen, dass eine nachhaltige Veränderung des Grundwassers nicht zu besorgen ist. Wie im Fall der Versenkung müssen wir über eine mögliche Besorgnis, dass man nicht ausschließen kann, dass etwas passieren könnte oder nicht, überhaupt nicht diskutieren, weil der Schaden nachweislich bereits eingetreten ist. Darüber hinaus genießt das Grundwasser den besonderen Schutz, unabhängig davon, ob es genutzt wird oder nicht. Wenn die Vorsorgewerte für Schwermetall im Grundwasser um mehr als das Tausendfache überschritten sind, dann ist die Qualität des Grundwasserkörpers nicht mehr gut, sondern schlecht und deshalb in die schlechteste Qualitätsstufe nach EU-Wasserrahmenrichtlinie einzustufen. Auch wenn der betreffende Grundwasserleiter in die schlechteste Qualitätsstufe eingestuft ist, darf dies nicht nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum Anlass genommen werden, das Grundwasser weiter zu verschlechtern. Vielleicht wäre in diesem Fall jede weitere Einleitung von Schadstoffen ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot und damit rechtswidrig. Es ist mehr als peinlich, dass wir die hessische Umweltministerin immer wieder auf die Gesetzeslage aufmerksam machen müssen. Dass sie aber darauf beharrt, die Anreicherung von Schwermetallen im Grundwasser unterhalb der Halde sei nicht besorgniserregend, das ist skandalös. Die Behörden haben die Anforderungen zum Schutz des Grundwassers bei der Prüfung von Vorhaben wie z. B. der Einrichtung und dem Betrieb einer Halde zu beachten. Ich will hier nicht darum reden, worum es geht. Während FDP und SPD hierherumkaspern und die Landesregierung dazu auffordern, für die Versenkung von Abwässern bei den Umweltgesetzen wieder einmal beide Augen zudrücken, steht die nach dem Wasserhaushaltsgesetz das auf Widerruf erteilte Erlaubnis für die Haltenden hat auf dem Spiel, und damit die Betriebsgenehmigung. Das ist die Ernsthaftigkeit der Lage. Weil das die ohnehin schwerwiegende Entsorgungslage für K plus S weiter zuspitzen würde, versucht die hessische Umweltministerin Priska Hinz, den Widerruf zu verhindern und begibt sich damit zum wiederholten Mal auf juristisch ganz dünnes Eis. Der Widerruf der Genehmigung würde zwar das weitere Aufhalten von Abfällen verbieten, nicht aber das Schwermetallproblem lösen. Insofern habe ich etwas Verständnis für die schwierige Situation der Behörden, nicht aber für die der Landesregierung. Was wäre zu tun? Weil sich der Zufluss der Schwermetalle, auch weil ihr Ursprung nicht zweifelsfrei geklärt ist, nicht schnell stoppen lässt, muss verhindert werden, dass sie sich in weitere Grundwasserleiter ausbreiten. Das ist technisch machbar. Dann muss man die Ursachen angehen. Eine Haldenabdeckung ist immer noch in Erprobung. Sie wird nie für die ganze Halde gelingen. Es werden immer Haldenabwasser entstehen. Sie ist sehr teuer und nicht von Dauer. Die schwermetallhaltigen Grundwässer müssen also, solange sie entstehen, aufgefangen und gereinigt werden. Wie auch in dieser Stelle schon mehrfach vorgetragen, führt kein Weg daran vorbei, das Haldenmaterial so schnell wie möglich, spätestens aber bis zum Ende der Kaliförderung, wieder unter Tage zu bringen. Das ist keine absurde Forderung, sondern es ist die einzig vernünftige Lösung, die an anderen Orten praktiziert wird. Der spanische Kalihersteller Ibero Potash SA betreibt in seiner katalonischen Mine mit zwei Rückstandshalten. Schon 2014 hatte die spanischen Behörden den Betrieb dieser Halden untersagt. Ibero Potash muss die Salzaufhaltung bis spätestens 2017 einstellen, bis zur Betriebsaufgabe die Halden zurückbauen sowie die Aufstandsflächen sanieren. Weil das Gesetz nicht nur für Spanien, sondern auch für Deutschland gilt, müssen die hessischen Behörden den gleichen Weg gehen. Ibero Potash arbeitet nun das Haldenmaterial auf. Jetzt höre auch einmal die FDP zu. Sie gewinnt dabei Natriumchlorid und Kaliumchlorid als hochreine Produkte für die chemische und pharmazeutische Industrie sowie für Nahrungsmittelzwecke. Die benötigten Investitionen hat Ibero Potash in seinem Plan Phoenix bereitgestellt. Das Unternehmen konnte die Betriebsumstellung ohne Arbeitsplatzabbau umsetzen und in den Aufbereitungsanlagen sogar zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Also erzählt uns hier keiner. Umweltschutz geht nicht zusammen mit Arbeitsplatzsicherung. Frau Schott, kommen Sie bitte zum Schluss. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und den Hintergrundpunkt decidelt inhiseken, um Mummy **** nicht Kawasen und keeping viver." Tun Sie es endlich, Frau Ministerin. Leiten Sie die richtigen Schritte in den Weg. Zwingen Sie das Unternehmen im Zusammenhang, modernes proposedes Unternehmen zu produzieren. Vizepräsidentin Heike Habermann Danke, Frau Schott. – Für die SPD-Fraktion erteile ich der erste Antrag Herrn Warnecke das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Lenders hat angedeutet, worum es eigentlich geht. Es geht um Kolleginnen und Kollegen, die nicht wie wir mit 100 %, sondern die mit 60 % ihres Einkommens auskommen müssen. Es geht darum, dass nicht nur das Unternehmen eine solche Situation für untragbar hält, sondern auch die Beschäftigten selbst. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Darum sage ich das, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil das Kurzarbeitergeld nicht nur von Kali und Salz, sondern auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht von Kurzarbeit betroffen sind, aufgestockt wird. Durch eine entsprechende Gesamtbetriebsvereinbarung ist es gelungen, bis zum Mai auf 90 % und jetzt immerhin noch auf 85 % aufzustocken. Das bedeutet, dass man solidarisch das Problem trägt. Das kann man zerstören wollen. Nein, lieber Herr van Ooyen, das ist eben das Merkwürdige. Diese Aufstockung tragen nicht nur die Mitarbeiter des gesamten Konzerns, vom Vorstandsvorsitzenden über die leitenden Angestellten bis zu den Bergmännern und Frauen unter Tage, gemeinsam und prozentual gleich. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Herr van Ooyen, Sie können das gerne auf der nächsten Aktionärsversammlung verlangen. Aber ich finde zunächst einmal bemerkenswert, dass auch Vorstandsvorsitzende und andere sich solidarisch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kanada über Chile bis Deutschland erklären. Das ist vielleicht etwas, was Ihnen und manchen auch an der Sozialdemokratie immer wieder aufstößt. Diese gelebte Solidarität unterstützen wir. Die 12.000, die sich am 8. September zusammengefunden hatten, haben einen gewissen Eindruck bei denjenigen, die da waren, gemacht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Frau Schott, wissen Sie, wenn Sie erneut nicht in der Lage sind, die simpelsten Grundlagen der dauerhaften Produktion von Kali und Salz zu begreifen und glauben, dass es eine kluge Strategie wäre, erst alle Stapelbecken zu füllen, um auch noch das letzte produzierende Werk in dem Moment, wo ich keine Kapazitäten in der Werra, keine im Untergrund und keine in den Stapelbecken habe, gesamt zu schließen, da muss man sich schon fragen, ob Sie wieder einmal entsprechenden Revolutionsstrategien nachhängen, wonach es besonders gut ist, wenn es allen schlecht geht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Liebe Kolleginnen und Kollegen, die einen haben, schmerzhaft Kurzarbeit machen müssen – ja, das ist richtig, und dafür hat Wintershall weiter produzieren können, und da die Werra bedauerlicherweise – Sie müssen nicht dauernd dazwischenbrüllen, ich kann Sie sowieso nicht verstehen, und ich habe das Mikro – da die Kolleginnen und Kollegen in Wintershall noch arbeiten konnten, weil sie das Werk haben, das die meiste Produktvielfalt bietet, musste man dort Stapelbeckenkapazitäten vorhalten. Sie können das gerne füllen, nur dann heißt es für alle Null. Wenn das die Position der LINKEN ist, wie ich jetzt gehört habe, – ich trage das auch gerne weiter ins Werra-Tal –, ich werde bei jeder Gelegenheit gefragt, wie es da weitergeht, sage ich, DIE LINKE war dafür, zu sagen, dass wir den ganzen Laden stilllegen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Warnicke, ich bitte jetzt, dem Redner wieder zuzuhören und diesen Dialog zu beendigen. Herr Präsident, ich finde es durchaus ermunternd, wenn Frau Schott mit weiteren wirren Vorstellungen hier argumentiert. Jetzt kommen wir allerdings zu einem anderen Problem, und das liegt auf der Regierungsseite, und zwar ganz hart, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer den Plan der Flussgebietsgemeinschaft, der jetzt Masterplan Salz heißt, durchliest, wird eines feststellen. Dort steht drin, dass man im Oktober vergangenen Jahres davon ausgegangen ist, dass das 3D-Kalibrierungsmodell in sechs Monaten – im wahrsten Sinne des Wortes – seine Wirkung wird entfalten können. Wir hatten im letzten Jahr schon darüber geredet. Im letzten Jahr war der Vorbau, dass Kali und Salz nicht die entsprechend zugrunde liegenden Daten herausgerückt hat. Das mag sein, das ist alles geklärt worden. Das war geklärt zu dem Zeitpunkt, als das aufgeschrieben wurde. Jetzt frage ich mich schon – das haben wir schon einmal diskutiert –, wer hat hier welche Bringschuld? Das Unternehmen hat alles zur Verfügung gestellt. Offenkundig funktioniert das 3D-Kalibrierungsmodell nicht ganz so, wie sich die Flussgebietsgemeinschaft das vorstellt. Warum sage ich die Flussgebietsgemeinschaft? – Weil da nicht nur Hessen sitzt. Da sitzen Thüringen, Niedersachsen, Bayern, Bremen, unsere rhein-westfälischen Kolleginnen und Kollegen. Die ganzen Profis haben sich verzockt. Die politische Seite hat sich verzockt. Deshalb hat auch die nur 725.000 m³ Versenkerlaubnis bis dahin gereicht, wenn das 3D-Kalibrierungsmodell mit den 2 Millionen beantragten m³ m³ geklappt hätte. Es hat aber nicht geklappt. Die ganze politische Klasse, die da am Tisch saß – übrigens alles grüne Umweltminister, mit Ausnahme von Bayern – haben sich verzockt. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten des BÜNDNISSES – Zuruf des Abg. Dr. Ulrich Wilken So einfach ist das. Jetzt können Sie zu Recht einwenden, man hat das alles nicht wissen können. Aber die Flussgebietsgemeinschaft – ich kann Ihnen nur empfehlen, da hineinzuschauen – hat das so aufgeschrieben. Die haben das so aufgeschrieben. Damit jetzt die CDU nicht meint, sie sei da außen vor, dass das, was die Vorgängerin von Frau Hinz eigentlich wollte, keine Versenkerlaubnis ist, keine mehr, Frau Hinz – das muss man Ihnen hoch anrechnen – und zudem eine drastische Reduzierung der Einleitung in die Werra, ist ohne das, was Frau Schott immer fordert – technologische Maßnahmen gar nicht möglich. Wer gleichzeitig im Vier-Phasen-Plan etwas, was übrigens schon gemacht wird, obwohl mein Kollege Gremmels immer zu Recht darauf hinweist, wann wird denn der Vier-Phasen-Plan ratifiziert, nämlich die KKF-Anlage zu bauen, etwas, was schon gemacht wird, wirkt erst in zwei Jahren. Was hätte denn in der Zwischenzeit passieren sollen? Darauf gibt es gar keine Antwort, außer die Antwort, dass man sich dann um so ein Unternehmen nicht mit so wohlfeilen Sprüchen, man müsste mal, man müsste mal, man müsste mal, sondern dadurch, dass man konkrete Maßnahmen ergreift, die übrigens 180 Millionen € am Ende kosten, die Gewerbesteuer senken, die diejenigen, die dort als Kommunen ansässig sind, ist ja auch klar, und die dann auch noch dazu beitragen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherlich auch im Laufe der Zeit ihren Obolus dazu beizutragen haben, wie das so in der Welt ist, dass dies alles nicht von heute auf morgen funktionieren kann. Das weiß doch jeder. Stattdessen machen wir hier La Pola-Diskussion, bis hin dazu, dass Sie, Herr Finanzminister, gestern wieder meinten, die SPD sei sich nicht einig. Jetzt frage ich Sie einmal, sind Sie sich eigentlich einig? Sind Sie sich einig, dass Ihre Kollegin, Umweltministerin Puttrich, diesen damals von uns schon kritisierten, weil nicht zielführenden Vorschlag durch ihre Nachfolgerin zurückgenommen bekommen hat? Sind Sie sich da als CDU einig? Haben Sie da gegen die GRÜNEN opponiert? Wie sind Sie damit umgegangen? Das würde mich schon einmal interessieren. Wie ist das im Kabinett gewesen, als Frau Puttrich gesagt hat, Leute, das geht so nicht? Gab es da Stress zwischen GRÜNEN und Schwarz, oder gab es da gar nichts? Wie haben Sie als Finanzminister darauf reagiert? Das ist viel wichtiger als allenthalben der Vorwurf, dass irgendwo ein SPD-Ortsfeind einmal irgendetwas dazu sagt. Die Regierung muss handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Regierung, die als Ausflucht um Uneinigkeit vermeintlich bei der Opposition festzustellen sagt, ein Ortsfeind hätte er einmal. Das ist doch kümmerlich, erbärmlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, warum sage ich das? Ich habe genügend Termine im Werratal. Wissen Sie was? Die Kolleginnen und Kollegen sind jedes Mal mit der gleichen Frage dabei. Wie geht es denn weiter? Vor Kurzem hat K&S einen Tag gemacht, an dem Sie die ganzen Jobs vorstellen. Ich kann Ihnen nur sagen, viele Jugendliche in diesem Bundesland Hessen wären froh, wenn es eine solch qualifizierte, die einzelnen Jugendlichen betreuende Ausbildung gäbe wie K&S in den vielen Berufen. Sie erleben da selbstbewusste Jugendliche, nicht alle mit super Zeugnissen, aber weil die Betreuung vernünftig funktioniert, und diese selbstbewussten jungen Menschen fragen, wie es weitergeht mit meinem Arbeitsplatz. Wenn dann so abgespaced Ideen kommen, wie beispielsweise die Idee Produktionsdrosselung im Masterplan Salz, von der im Wirtschaftsausschuss sehr deutliche Auskunft gegeben wurde, dort wurde klar gesagt, dass das weder volks- noch betriebswirtschaftlich vernünftig sei. Das heißt, man schreibt in den Masterplan Salz – jetzt kommen wir zur Sache – als Landesregierung ein Ding, das man nicht will, von dem man nichts erwartet. Zweitens. Einstapelung unter Tage. Frau Ministerin, wir haben häufiger darüber gesprochen, auch Sie sind mehr als skeptisch. Zusätzlich als Maßnahme im Masterplan Salz. Drittens. Bovzen 300, von dem jeder weiß, dass alles das, was wir im Moment berechnen, so nicht funktioniert, wenn Bovzen 300 soll, und dieser Bypass dann auch nicht weiterhilft. Das wissen wir alle, wird auch reingeschrieben in den Masterplan Salz. Da fragt man sich ja, wie es sein kann, dass ein Vier-Phasen-Plan, den Sie ausgehandelt haben mit dem Unternehmen, der sofort unterschrieben werden müsste, damit wir unsere SPD-Position einmal klar haben, der sofort unterschrieben werden müsste, dass ein solcher Masterplan Salz, nur weil grüne Umweltminister am Tisch sitzen, mit Dingen belastet wird, zu der Hessen eigentlich sagt, das geht eigentlich alles gar nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit beginnt ja die eigentliche Krachernummer. Das Ganze ist ja auch behördenverbindlich, wie es so schön in der Flussgebietsgemeinschaft steht. Das, was da drin steht, ist behördenverbindlich. Wie gehen Sie denn damit um? Da werden zusätzliche Vereinbarungen getroffen, von denen eine Landesregierung ausgeht, dass die eigentlich nicht umsetzbar sind. Und die sind jetzt für die Behörde, jetzt komme ich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen damit umgehen. Die kriegen den Druck ab nach dem Motto, jetzt sollen sie Dinge prüfen, die die Landesregierung eigentlich auch nicht will. Deshalb, Frau Ministerin, noch einmal einen Punkt in aller Deutlichkeit. Sie hatten mir in der letzten Rede vorgeworfen, einigermaßen verblüßend finde ich es, wenn ich Sie zitieren darf, wenn Sie sagen, es gebe eine politisch induzierte Kurzarbeit, das finde ich schlichtweg gesagt eine Unverschämtheit. Genau um so etwas geht es. Natürlich ist das politisch induziert, oder wollen Sie... Herr Warnecke, kommen Sie bitte zum Schluss. Damit schließe ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, oder wollen Sie ernsthaft behaupten, dass in anderen Bundesländern die zuständigen Bergbehörden diese Auflagen ihren Ministerinnen und Ministern mitgegeben haben nach dem Motto, so müssen wir es machen. Das glaubt doch ernsthaft keiner. Das sind Fachleute. Herzlichen Dank. Glück auf. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Danke, Herr Warnecke. Vielen Dank. Vielen Dank.